Musik In jedem Jahr wird an der Europaschule Lauchemer ein Sommerfest gefeiert. Organisiert wird es von den Elternsprechern. Das Sommerfest am 23. August stand unter dem Motto Europa Kinderland. Musik Los ging es mit Gesangsbeiträgen aller Klassenstufen. Musik Danach haben sich die Eltern wieder zahlreiche Aktivitäten ausgedacht. An mehreren Stationen machen Kreativität, Konzentration, Wissen und Geschicklichkeit die Fragen. Musik Für die gastronomische Versorgung war natürlich bestens gesorgt. Den Kuchen haben übrigens auch die Eltern selbst gebacken. Europa Kinderland, wir geben uns die Land, wozu sind Fremdsektar, Wissen und Geschicklichkeit und Julia. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020